Hallo, ich heiße Madita und bin Kinderreporterin bei Hallo Benjamin. Heute bin ich zu Besuch beim Schäfer. Herr Scheible zeigt mir im Stall den Bereich, wo die Mutterschaffe mit ihren Lämmern untergebracht sind. Ein Lämmchen wurde gerade frisch geboren. Wie alt ist das Lamm jetzt? Das Lamm ist jetzt 10 Tage alt und es schläft und deshalb kannst du es auch streicheln, weil normalerweise ist es ein Fluchttier und dann wird es sofort wegrennen, wenn es dich mehr gewinnt. Wie viele Schafe haben Sie hier insgesamt? Wir haben 1000 Mutterschafe und derzeit 400, 500 Lämmer. Das wird jetzt natürlich noch mehr, wenn die Lammzeit vorbei ist. Dann sind es halt wahrscheinlich 600 Lämmer und diese 1000 Schafe. Ist das die Wolle von den Schafen? Ja, das sind ca. 3000 Kilo Wolle von 1000 Schafen. Das heißt, jedes Schaf hat 3 Kilo. Und was macht man dann mit der Wolle? Die Wolle kauft der Wollhändler und die wird dann weiterverarbeitet zu Kleidern. Was macht Ihnen am Beruf Schäfer denn so Spaß? Die ganze Arbeit. Die Arbeit mit den Schafen an sich, mit den Lämmern, mit den Hunden natürlich, die Ausbildung. Also es ist ein sehr interessanter und abwechslungsreicher Beruf. Und man ist natürlich auch der Natur aus. Es regnet, es schneit, es scheint die Sonne. Heute haben wir Glück und das Wetter ist richtig schön. Deshalb können wir mit den Schafen zusammen auf die Weide gehen. Die Hunde Roxana und Pan sind natürlich auch dabei. Und die Schafe freuen sich schon auf das frische Gras. Haben die Schafe auch Namen? Nein, die Schafe haben keinen Namen, aber die haben jetzt alle Einzelnummern. Da sieht man eine gelbe Ohrmarke. Aber Namen haben sie keine. Und wozu brauchen Sie die Hunde? Ja, die Hunde brauche ich natürlich in Aschlein, um die Herde beieinander zu halten, Weg zu fahren. Das heißt, mit der Schafe fährt man immer. Also man läuft nicht, sondern man fährt einen Weg. Und da muss ich ja aufpassen, dass sie nicht zum Nachbarn ins Grundstück gehen. Die würden nämlich gerne naschen und immer am liebsten beim Nachbarn. Und das dürfen sie halt nicht. Und dazu brauche ich meine Hunde. Hier sieht man Herr Scheible und die Hunde, wie sie die Herde wieder zurück in den Stall bringen. Das geht ganz schön schnell, denn die Hunde laufen um die Herde und halten die Schafe zusammen. Ich habe hier viel Neues gelernt. Bis zum nächsten Mal. Danke für den interessanten Nachmittag. Tschüss.